Zur Vorwarnung, Leute, was wir hier gleich sehen werden, ja, das ist das dritte und letzte Zelda-Spiel, was sich Philips damals von Nintendo lizenzieren ließ für ihre eigene Konsole, die Philips CD-i und dieses Spiel hat leider nicht so viel Meme-Wert wie die anderen beiden, tatsächlich versucht sich das Spiel hier sehr, sehr ernst zu nehmen und scheitert leider komplett daran. Das Spiel hatte auch so wenig Budget, dass sich tatsächlich die Entwickler vom Spiel selbst quasi Kostüme angezogen haben und haben sich vor die Kamera gestellt für die Cutscenes des Spiels und für die Sprites. Es wird schlimm, also haltet euch fest, wir starten mit Zelda's Adventure. Das Jingle meiner Albträume, ey. Ja, Veridis, ne komplett andere Firma auch. Ja, Veridis, ne komplett andere Firma auch. Das wird mich noch Wochen verfolgen. Ich glaube, das wird mich noch bis an mein Lebensende und meinen Träumen verfolgen, dieses Spiel hier. Eieiei. Ich muss jetzt schon lachen. Ich bin jetzt noch ein bisschen weiter. Ich würde mich noch nehmen, auch hier in die Saison. Ich finde es übrigens sehr sympathisch, dass das erste Wort, also Ganon, dass sie das direkt falsch geschrieben haben, nämlich mit zwei N anstatt mit einem. Link ist irgendwie, ich glaube Link ist entführt worden oder so, keine Ahnung. Ah, Rescue Link, ja, Link ist entführt. Wir müssen Link befreien. Ja, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, by the way, dieser alte Mann ist der, der auch die Musik für das Spiel gemacht hat. Und Zelda, ich weiß natürlich nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber soweit ich gehört habe, hat der Musikproduzent das auf seinem Blog geschrieben, dass er der alte Mann war und dass Zelda die Empfangsdame ist. Zelda wird gespielt von der Empfangsdame der Firma, die das Spiel hier gemacht hat. Oh je. Okay. Es kann ja nur gut werden eigentlich, oder? Ah. So. Ja, dann. Legen wir mal einen Spielstand an. Achso. Okay. Reicht nicht einfach da drauf zu drücken, okay. Äh, wir haben die ganze Zeit Lonke gespielt. Also, spielen wir jetzt. Äh. Sol. Der. Ja. The fuck. Keine Ahnung, was das für ein Soundeffekt war. Empfand ich jetzt nicht so als passend, aber okay. Äh. So. Zoll da. Auf geht's. Äh. Okay. Play. Ja. Hier sind wir. Ja. Hiermit werden wir uns die nächsten paar Stunden beschäftigen, Leute. Das hier ist unsere Prinzessin Zelda. Ja. So. Zur Entwarnung. Ich hab mir vorher ein bisschen angeguckt, wie man das Spiel spielt. Damit wir uns hier nicht irgendwie, äh, 50 Tage aufhalten, weil es dann doch irgendwie ein bisschen, äh, merkwürdig aussieht und, äh, teilweise nicht sehr stimmig ist. So. Wir gehen mal nach rechts und da liegt ein Laserschwert rum, ja. Blaues Laserschwert. Ähm. Ähm. Ne, ist es nicht. Eigentlich ist es, äh, ein Zauberstab. Und der Zauberstab ist unsere erste Waffe. Und, ähm, ja. Ich weiß nicht, warum der nicht zaubert, sondern wir einfach nur damit schlagen, als wäre es ein Schwert, aber so ist es. So. Ähm. Genau. Links auf meinem zweiten Bildschirm, wenn ihr mich so nach links schauen lässt. Ich hab da eine Karte. Eine Karte, die praktischerweise irgendwann mal jemand selbst gemalt hat, als er das Spiel durchgespielt hat. Und die werde ich jetzt benutzen. Und die werde ich jetzt benutzen. Ja. Ja, schön, oder? Oh. 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 Ich glaub da ist sie gestorben. Also es ist definitiv ein Meisterwerk der Videospielgeschichte. Mit dem wir uns hier auseinander besetzen. Ich, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es hier absolut keine Hintergrundmusik gibt. Und dass das kein Fehler ist. Das ist einfach so. Das ist halt ein sehr ernstes Spiel, ne? Das ist, äh. Die wollen bestimmt, dass es halt wie echt wirkt. Ne? Also sehr auf die Atmosphäre konzentriert. Und da darf man halt keine Musik abspielen. Ja. Also großes Problem mit dem Spiel, by the way, ist, äh, man hat natürlich keine Quest-Anzeige oder sowas. Ähm, man muss quasi zuhören, was die Leute sagen. Und muss anhand dessen handeln, so. Also, die hier battelt anscheinend gerade nach so ein bisschen Geld. So, jetzt kann ich euch auch das Menü direkt zeigen. Dieses grandiose Menü, ja? Wir haben... Dieses Handling ist auch geil. Also, wenn uns jemand nach Geld fragt, ja? Und zum Einkaufen geht das übrigens auch so. Wir müssen ins Menü gehen. Und dann hier bei Treasures müssen wir hier, ähm, die Rubine quasi auswählen als Haupt-Item. Das heißt, während wir das ausgewählt haben, können wir auch keine Waffe benutzen. Wir benutzen jetzt quasi die Rubine, ja? Oh, Moment, äh, äh, Return to Game. Äh, genau, ich will nicht Exit, sondern das, okay. So, und ich benutze jetzt quasi mit der gleichen Taste, wie ich vorhin die Waffe benutzt habe, benutze ich jetzt die Rubine auf diese Frau. So, und jetzt, äh, haben wir irgendwas bekommen? Sieht aus wie ein Feuerball. Ist es wohl eine Waffe? Also, wahrscheinlich ist es irgendein neuer Zauber oder so. Man weiß es nicht ganz genau, müssten wir halt ausprobieren. Ja, ja, okay, klar, danke. Okay, also er hat nochmal einen Spell hier zu verkaufen, aber der kostet 100 Rubine. What the fuck? Ja, ich bin, ich bin außer Trocken gerade. Sieht aus wie ein Honest Mei. Sit einen Moment. Es ist gesagt, die, die tief in die Erde gehen, lernen, die Schmerzen der Griefe. Das ist vielleicht wahr, aber ich weiß auch das. Eine Kugel und eine Silvere Kugel können dir Glück bringen. Hör auf jetzt, lass. Die Zeit ist verbraucht. Okay, ein Tipp. Okay, also er, er meint, dass man über so einen Abgrund drüber kommt mit einer Leiter. Okay, das ist bestimmt ein Tipp für uns, den sollten wir uns merken. Du bist eine ganze Zeit, wie ich mich verletzt. Mach es mit. Geh weg. Geh nach Hause. Geh auf. Du bist patient. Ich kann sehen, dass du nicht einigst, zu erinnern. Okay, take this dagger from me. Es kann dir mehr Service machen, als es mir nie gemacht hat. Hat er gerade gelacht? Ich glaube, der musste gerade lachen. Okay, sehr gut. Schöner Dolch, by the way. Also eigentlich ist es halt eine Seigabel, aber ja okay. Ich lass es mal als Dolch durchgehen. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Mh. Junge Prinzessin. Bitte befreit mich. Ein Traveller von kinder Intentionen hat mich gefunden. Endlich. Ich habe zerstört mit Wunsch und Wunsch. Okay, also die Frau ist durstig. Heißt wahrscheinlich, wir müssen ihr Wasser besorgen. Fuck. Okay. Krasse Vögel. Rosa Vögel auf Doom. Also wenn das Spiel so ein bisschen ist wie die anderen zwei Spiele, dann müssen wir wahrscheinlich ganz viele Rubine sammeln. Um uns Sachten zu kaufen. Wieso sind denn jetzt, warum sind jetzt eigentlich die gelben Rubine 10 wert? Im Vorgänger waren das doch die blauen. Dafür gibt es auch keine Erklärung. Es ist halt, ja. Jedes Reich hat so seine eigene Währung. Die benutzen zwar alle Rubine, aber je nach Farbe sind die anders wie wir. Das ist die einzige Erklärung. Alle die Sound-Effekte. Oh je, oh je. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wenn ich jetzt weiter nach links gehe... Moment, also wir haben da irgendwo einen Shop. Genau, jetzt sind wir hier im Wald. Ganz links sollte es einen Shop geben. Genau hier, ja. Ich habe einen wunderschönen Wagen für dich. Geh ein paar Orgum-Herben für frei. Dann schau dich um. Es ist viel zu kaufen. 500 Rubine für ein Schild. Die Kerze, die Kerze ist relativ wichtig sogar, weil die leuchtet uns dunkle Räume aus. Und ohne die ist es einfach stockfinster. Das heißt, ich muss auf jeden Fall schon mal 100 Rubine sammeln irgendwie. Am besten 200 sogar, damit ich den einen Zauber noch kaufen kann. Es geht halt schon los, Mann. Es geht schon los. Ich finde es auch sehr sympathisch, wie die komplette Atmo immer aufhört, wenn ich die Szene wechsle. Das ist immer geil. Achtung, ich gehe nach links und dann hört einfach die Atmo auf kurz. Oh, hier gibt es den Boomerang. Sehr gut. Ich benutze übrigens, ich benutze noch keine andere Waffe, weil jede Waffe außer dem Zauberstab kostet Rubine. Leider. Das heißt, im Moment für mich, wo ich gerade so auf der Jagd nach Rubinen bin, ist es komplett sinnlos, wenn ich irgendwie eine andere Waffe benutze. Das dauert auch so lange, bis die Szene wechselt. Die hier sind ganz angenehm. Ja, die hier mag ich. Die machen eigentlich gar nichts. So, jetzt haben wir schon mal 110. Das ist gut. Dann können wir entweder den Zauber kaufen oder die Kerze. So, hier. Das haben wir übrigens bei unserem Testlauf schon rausgefunden. Äh, die Wasserflasche, die ich gerade dabei habe, ja. Man kann die nicht am Fluss auffüllen. Warum, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber die Wasserflasche kann man nur auffüllen, wenn man genau hier steht und sie hier benutzt. So, jetzt haben wir eine gefüllte Wasserflasche. Und jetzt sind wir übrigens gleich so weit, wie bei unserem kurzen Testdurchlauf, wo wir geguckt haben, ob das überhaupt alles funktioniert. Das heißt, ungefähr in einer Minute bin ich komplett blind hier. Also ich habe natürlich meine Notizen, ich habe die Karte neben mir, aber ja, ab dann ist alles neu. Und ich hoffe, das Spiel ist nicht so hart wie, I don't know, wie es aussieht. So, die Flasche erstmal hier an die Frau übergeben. Was ist denn? Frau, wo bist du? Da. So, äh, Menü. Wasserflasche. Bless you, Princess. You have saved the life of a weary old woman. I offer you these treasures. I offer you these treasures, ja. Äh, wir haben halt leider keine Möglichkeit nachzugucken, was das jetzt ist. Und sie sagt einfach nur, es sind treasures. Also, who knows, ne? Who knows? Äh, ich hole mir jetzt den Zauber, weil ich gerade hier bin. Aus der Taverne noch. Und dann, äh, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Rubinefarben gehen. Damit wir uns die Kerze kaufen können. Und, äh, auf das Schild werde ich erstmal scheißen. Ich glaube, das ist noch nicht so wichtig am Anfang. Später wäre es natürlich nice. So, jetzt hier zum Kaufen wirklich genau auch wirklich aus dem Menü die Rubine auswählen. Vor das Item geben, das man kaufen will. Und dann quasi die Angriffstaste drücken. Also, ein Spell, der Calm heißt. Deswegen ist auch ein C drauf. Aber natürlich keine Erklärung, was der genau macht. Leider. Aber egal. Kriegen wir schon hin. So, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen hier am Anfang? Ne, eigentlich nicht. Dann einfach nur noch Rubinefarben. Wir brauchen 100 für die Kerze. Genau euch wollte ich. Die hier sind super. Die mag ich sehr gerne. Kann ich die eigentlich resetten? Also, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe. Sind die wieder da? Leider nein. Okay. Leider nein. Wieso ist denn mein... Die Sounds kamen von Gegnern, oder? Oder kamen die von mir? Keine Ahnung. Ich könnte auch direkt schon mal in den Wald gehen, eigentlich. Da müssen wir sowieso gleich hin. Die hier sind... Die hier sind gemein. Ja, aber stimmt. Also, ich glaube, die Gegner bleiben tot. Ja. Die Gegner bleiben tot. Ja. Zumindest so lange, bis man selbst stirbt, glaube ich. Das ist auch gut zu wissen. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Oder? Oh! Noch lebe ich. Oh! Gaming? Guckt mal da! Da ist eine Leiter, die einfach so auf dem Baum wächst anscheinend. Die holen wir uns natürlich mit. What the... Ganz großes Problem. Ähm... Manchmal kann es passieren, dass wenn man... Quasi die äh... Die Szene wechselt. Dass Gegner direkt auf einem draufstehen. Und dann kriegt man halt direkt Charme. Ich bin Shermak, dein Geist. Ich habe dich kennengelernt, seitdem du ein Kind warst. Du warst eine schwierige Herausforderung. Du musst weit weg gehen und überkommen große Gefahr. Bleib ruhig und benutze deine Wege und Kraft, um deine Feindlichen zu verhindern. Erinnern, was du durch den Weg gelernt hast und versuchst. Hallo da! Geh jetzt zu dem, der ein Bett hat, aber nie schläft. Wo bei ihrer Seite die rote Wille wept. Und zu ihrer Mache, der nie spricht. Geht's. Okay, das war natürlich ein Rätsel. Und es redet von einem Fluss. Aber ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Hi Frostermann. Willkommen. Willkommen zum besten Zelda-Spiel aller Zeiten. Pumpen mal richtig Gameplay. Okay, Gameplay. Okay, go, go, go. Hi Jules. Willkommen zum letzten Albtraum. Der letzte Albtraum der Menschheitsgeschichte. Aaaaah? Aaaaah? Ist das eine echte Person, die Zelda spielt? Ja. Ich erzähl's gerne nochmal. Das Spiel hier. Und das ist ungelogen. Also, ich kann's euch nicht hundertpro... Ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Aber ich habe gehört, dass der Komponist der Musik von diesem Spiel, also irgendwo scheint es da wohl Musik zu geben, dass der auf seinem Blog geschrieben hat, dass er den alten Mann gespielt hat und dass Zelda von der Empfangsdame der Firma gespielt wird, die dieses Spiel hier gemacht hat. Also sprich, die hatten so wenig Budget, dass die sich halt nicht mal irgendwie Leute einkaufen konnten dafür. Sondern die haben das halt wirklich... Die haben das halt wirklich intern mit ihren Mitarbeitern einfach gemacht. Das ist herrlich, ey. Fussel, hi. Willkommen, willkommen. Okay, wir haben hundert, wir haben hundert. Perfekt, okay. Jetzt können wir uns die Kerze leisten. Wisst ihr, was besonders geil ist an der Kerze? Die ist One-Time-Use. Kerze ist One-Time-Use. Und es gibt natürlich mehrere dunkle Orte in diesem Spiel. Wieso rülpse ich die ganze Zeit? Ja, Kohlensäure. Genau. Passiert. Sorry. Ich habe sie Zolder genannt. Also Z-O-L-D-E-R. So, einmal hier. Äh, ja. Zum Kaufen. Ich zeig's gerne nochmal. Um was zu kaufen, müsst ihr das Menü aufmachen. Dann hier den Rubin auswählen. Und dann die Angriffstaste drücken. Das war eine wiese Purchase, junge Prinzessin. Sehr ehrlich. Jetzt muss ich aufpassen natürlich. Ich habe nämlich jetzt keine Waffe equipt. Also muss ich wieder die Waffe equipt. Insane Gameplay, Mann. Mit was haut sie zu? Ja, du würdest vielleicht denken, es ist ein Schwert. Aber es ist ein Zauberstab. Siehst du nicht, wie magisch das ist? Es ist ein Nahkampf-Zauberstab. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Du hast da was anderes gesehen? Das kann ich gar nicht verstehen. Ist doch wunderschön gemacht. Der Gummiarme. Ja komm, komm. Fight. Ist krass, wie lang aber die Rage ist, ne? Ich habe ein bisschen Angst, weil ich fast kein Leben mehr habe. Ja. Okay, okay, okay. Jetzt, Achtung, Gaming, Gaming. Ich renne jetzt einfach durch. Ich glaube, wenn wir von hier aus einfach nach Süden laufen, nonstop, dann kommen wir, glaube ich, zum ersten Dungeon, Leute. Ich hoffe, ihr seid darauf gefasst. Dieses Spiel hat Dungeons. Und zwar sieben an der Zahl. Sieben. Es ist eigentlich genauso gut, wie das allererste Zelda auf dem NES. Eigentlich ein pures Upgrade. Der, der Forrest of Oc-Oc... Oc-Oc-Barm? Oc-Barm? Das ist das beste. Ja, es ist halt ein, es ist einfach nur ein fettes Upgrade. Also das Spiel damals auf dem NS war eigentlich lächerlich dagegen. Das hier ist einfach so viel besser. Du spürst halt schon direkt diese Liebe zum Detail. Und die extremen Quality of Life Features. Nein. Hi JP. Richtiges Upgrade in 5 Sekunden. Ja, es ist halt. Mann, es war halt ein neues Medium. Eine CD braucht halt ein bisschen länger zum Laden. Es ist halt. Aber da muss man durch. Dafür hat man halt richtig geile realistische Grafik. Und fetten Soundtrack. Oh, scheiße Spinnen, Alter. Wie kriegen die Spinnen denn? Oh, okay. Ich glaube, wir nähern uns dem Dungeon, glaube ich. Eine Million Spinnen. So klingt mein Gater, wenn er niest. Ich fühle mich hier ein bisschen eingeengt. Aber ich glaube, ich habe eine gute Position. Ja. Outsmarted, Mann. Outsmarted, strategisch geschickt platziert. Guck mal, easy. Volles Leben. Oh. So, hier ist der Eingang zum ersten Dungeon, Leute. Aber es gibt direkt ein krasses Rätsel. Ich bin mal gespannt, ob ihr das lösen könnt. Gehen wir in den oberen oder den unteren Eingang? So, Chat. Jetzt zeigt, was ihr könnt. Oben sagt Forstermann. Okay, okay. Oben. Gar nicht. Wie gar nicht. Spiel einfach schließen. Das war die korrekte Entscheidung. Sehr gut, Fussel. Oben bei Triforce. Also, ihr habt recht, aber aus einem anderen Grund. Weil das Symbol, was da drauf ist, ist auch oben in unserem Schutzkreis, wo wir quasi das Spiel starten. Und das soll der Hinweis sein, dass das der richtige Eingang ist. Wenn wir da unten lang gehen, ist da so eine komische Spinne, die wir für Geld töten können, glaube ich. Aber Achtung, das ist eine krasse Falle. Achtung. Ich zeig's euch. Ich muss es demonstrieren. Weil es einfach so krass ist. Schaut. Krass, oder? Fucking Trap, ey. Das ist einfach, ey, so ein krasses Abenteuer, man. Beware the evils of greed. Act quickly. Think on your feet. And you will be rewarded. Okay. Was? Ich hab kein Wort bestanden. Egal. Auf jeden Fall, Leute, wir haben hier einen Leiter. Ja. Das ist das erste krasse Rätsel, ja. Wir legen die Leiter hier hin. Krass, oder? Nicht vergessen, wieder auf eine Waffe zu wechseln, sonst können wir uns nicht wehren. Das ist die Karte, man. So, jetzt haben wir die Karte vom Dungeon. Das ist der Schrein der Erde. Krass, oder? Ähm. Ja. Probieren wir doch mal nach rechts zu gehen. Also, ich fühl mich extrem gefordert gerade. Diese packenden Kämpfe sind einfach der Wahnsinn. Was ist mit der da oben? Wieso bewegt die sich nicht? Hi, Kampfzwerg. Äh. Äh. Ey, aber das ist ganz gut zum, äh, Rubine-Farmen. Guck mal, wie viele Rubine wir schon wieder haben. Irgendwie ist eine Fledermaus immer kaputt, oder? Ah, ne, jetzt bewegt er sich. Der Kompass, Alter. Okay. Was macht denn der Kompass eigentlich? Oder was? Hä? Ist das ein Kompass? Ah ja, okay. Äh, okay. Also, sieht aus, als wäre ganz oben quasi so unser, ähm, äh. Was suchen wir nochmal? E- egal. Egal. Ah. Hat er mich nochmal erwischt. Hey, 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 who the bee? You're no friend to us, dear. Oh, what do we have here? A human person's coming close. Why, what a great event. Okay, den benutze ich doch direkt, um diesen Typen hier zu killen. Junge, er ist tot und, ja, hallo, Sylvils, ihr seht, wie ernst das Spiel ist, oder, das ist krass hier mit der Atmo und so. Das ist ein richtiges Horrorgame. Ups, falsche Taste. Wo bin ich? Äh, ja, wo bin ich eigentlich? Ich glaube, ich bin da, also, bei dem Roten in der Mitte ganz rechts bin ich, glaube ich? Äh, bin ich das Weiße? Oh, okay, ich bin das Weiße auf der Karte, okay. Also war das hier komplett unnötig, super. Oh, okay. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, dann kauf ich mir das hier auch. Die Finspuff ist gut. Der hier ist bestimmt noch besser dann. Aber da brauch ich halt noch mal Geld für. Und sie hat auch so einen komischen Feuerball. Der sieht halt auch mächtig aus. Ich hab Bock was zu trinken. Keine Ahnung, so um sechs oder so hol ich mir ne Flasche Wein oder so. Irgendwie fühl ich mich grade motiviert zu trinken. Ich weiß nicht warum. Oh, hier geht's rein. Wer geht da? Oh, es ist eine junge Frau. Nimm nichts. Die Leute stehlen mich, Blyde. Ich weiß, dass ihr alle mich liebt. Was habe ich denn zu allen von euch gemacht? I give an honest bark and I grind it whole in the rubies. I stare at the place with my fingers to the bone to energy appreciated. No. Cool, das ist keine Lösung. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, das ist keine Lösung für dieses Spiel hier? What the fuck, Alter? Was ist das für ein Vieh? Okay, warte einen Moment. Warte. Was ist das? Ich dachte das wäre Defense. Ist das Defense? Was ist das? Huh?! Oh. Sarah, willkommen zum schlechtesten Zelda aller Zeiten. Okay, vielen Dank für dein Resub, 21, danke dir, danke dir. Schlechter als der zuvor? Well, ich meine, ich glaube, ich muss gar nichts dazu sagen. Guck es dir doch einfach an und entscheide für dich selbst. Ich muss noch mehr Bumbleberry-Tea machen, das ist bestimmt. Was? Oh, ich bin sorry, aber die Lodge ist voll. Du bist willkommen hier zu Hause, bevor du in die Taurien gehst. Ich muss noch mehr Bumbleberry-Tea machen, das ist bestimmt. Was? Oh, ich bin sorry. Ich würde dir eine Feather geben, als ein Zeichen meiner Affektion. Das wird dich zu neuen Höhen bringen. Was? Okay. Das ging aber schnell mit der Affektion. Das ist einfach nur ein fucking Fiebertraum. Oh, mein Bumbleberry-Tea. Hier oben soll es ein Schwert geben, steht auf meiner Karte. Hey, Prinzessin Zelda, Freund von Shermack. Ich bin Sir Basil of Tolomac, und Shermack hat mich geholfen, um dich zu helfen. Du bist jetzt schon tired, Zelda. Wir gehen die Contest und kommen wieder einen anderen Tag. Was? Hä, war das jetzt, war das, äh, die Stimme, die zu mir redet, ist das irgendwie so, ich, ähm. Hä? Hä, war das jetzt irgendwie so zeitbasiert, dass irgendwann eine Stimme sagt, mach doch mal eine Pause oder so? Ich weiß, dass das zu der Zeit mal modern war. Dass die Spiele dir sagen, ja, mach bitte mal eine Pause oder sowas. Oder war das jetzt irgendwie gescriptet an der Stelle? Ich. Ich versuche nach rechts zu kommen, weil es da angeblich, gibt es da ein Herz. Aber ich kann hier nicht über den Fluss, ne? Äh. Brrup, brrup. Was sagst du denn zu dem Soundtrack, so? Gefällt dir der Soundtrack? Das Spiel warnt, das Spiel warnt den Spieler vor dem Weiterspielen, ja. Das wird's wohl sein. Pff. Das ist so ein bisschen wie Hugo, ja. Ich glaube, hier ist es. Hier ist eine versteckte Höhle. Da gehen wir jetzt rein. Und. Da liegt jetzt einfach. Hier. Das war ein Herzcontainer. Ein kompletter Herzcontainer, der einfach da rumliegt. Jetzt haben wir schon fünf Herz. Voll gut, oder? So. Warte. Das hätte auch ein Loch sein können, wo man runterfällt und stirbt. Da hast du vollkommen recht. Und genau wegen so einer Scheiße habe ich mich vorher informiert. Ich weiß halt nicht, was ist das? Was sind denn diese Dinger hier? Und er redet auch nicht mit mir, oder was? Wasserpfeife. Okay, Leute. Ich glaube, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir weitergehen. Und den nächsten Dungeon erkunden, oder? Oh, warte. Ich brauche noch. Moment. Eine Sache brauchen wir noch. Da stand 200. Ja, der Preis, der steht drüber, ja. Also diese gelben Zahlen, das ist der Preis. So viele Rubine muss ich dafür bezahlen. Aber ich weiß halt nicht, was es ist. Das ist halt ein Problem. Weil warum sollte ich 200 Rubinen für was ausgeben, wo ich nicht mehr weiß, was es ist? Ich glaube, hier muss ich hin, ja. Hallo, Zolder. Mein Name ist Yvonne. Du siehst auch wie ein Musikliver. Musikliver kann soozen die saubige Beste. Ich glaube, Schumach hat auch mit ihr Freundschaften geholfen. Sie hat mir einmal geholfen, also ich werde dir helfen. Hörst du an das. Die Flute kann man benutzt, um die saubige Hiss zu schlangen. Okay. Okay. Flöte gegen Schlange. Okay. Hallo, Zelda. Ich bin Eric und das ist Ian. Alter, die Witze in dem Spiel, ne? Hallo, Zelda. Welcome to my home. I'm the twin's father, and even I don't know which twin is which. Still, it is good of you to come and visit. My name is Zelda, and you must be the father. No, wait. That can't be true. You just came in. You must be Zelda. 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 Also das ist echt so eine Genialität gefolgt von der nächsten. Das ist ein ganz großes Kino hier. Wo war denn die scheiß Schlange? Die war doch hier irgendwo links. Hier. Schlange. Okay, okay. 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 Bitte. Go. Huh? Ich hab, es sieht aus wie ne fucking, ja, so ne Granate, so Molotow-Cocktail-mäßig, Alter. Ich, ich probier's mal aus. Warum? Ha? Okay. Egal, Rätsel gelöst. Squadula! Ah, Jan. Jan, das hier ist das beste Spiel aller Zeiten. Das ist ne Hütte. Die Far-Away, one of Jan's allies, lives in a world of water. The entrance is hidden, and you may never find it if you feel the touch of falling in it. You can cross any ford in Scotia's River with the readiness. Stay back. The splendid farm is all mine. I have worked this land for three hundred years. Come on. Come on. Bye-bye. Well, äh Gehen wir doch zum nächsten Dungeon Ja, ich prophezeie euch Das Spiel hier wird nicht so hart wie die anderen zwei Weil das ist jetzt schon Also ich find's jetzt schon viel easier Und ich wüsste nicht Wie sie das jetzt machen, dass es halt viel schwerer wird Weil wir haben jetzt schon Gute Herzen und Das Gefeihte ist halt Alles so, I don't know Easy peasy Du respawnst immer direkt Im Raum davor Easy, easy Ja, es ist halt schwierig, weil auf dem linken Ohr Hast du diese extrem übertrieben laute Atmo Und auf dem rechten Ohr Reden die So, Moment Ich hab hier praktischerweise meine Karte auf dem linken Bildschirm Wir wollen zum zweiten Schrein Der ist hier im Norden Ungefähr Das ist der Schrein der Illusionen Ah, deswegen hat Deswegen hat der alte Mann auch vorhin gesagt Nicht alles ist so wie es scheint Also wir werden wahrscheinlich verarscht in dem Schrein, Leute Haltet euch fest, okay Wir müssen Unsere kompletten Äh Wir müssen unseren IQ vereinen Um die Herausforderungen des Schreines zu meistern How to feel drunk without getting Ey, ich hol mir Ich glaub ich hol mir wirklich nachher was zu trinken Das Spiel hier ist wirklich sehr einladend dafür, find ich Ich glaub das kann nur besser werden damit Das ist so ein Fehl Ich seh, ich seh nicht mal was es ist What the What the fuck Nach jedem Toten Shot Ich glaub das reicht nicht Ein wildes Ding Oh stimmt Oh was ist das Ist das der Schrein? Ich hol mir was zu trinken Ich bin gleich wieder da Das halte ich nicht auf Ich bin gleich wieder da Ich bin gleich wieder da Ich bin gleich wieder da Untertitelung des ZDF, 2020 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 Feuerball Nee Schwert Nee Magiericht Falsche Taste Fuck Das sieht alles nicht aus Als würde es funktionieren, oder? Wie wäre es hiermit? Oh wow, das ist ja voll OP So eine Feuerwand Axt Kann man den überhaupt besiegen? Ähm Was bin ich sehend? Frag nicht Frag nicht Wir wissen es ja selbst nicht Achso, das ist hier Hm Also irgendwie müssen wir den besiegen Was habe ich denn noch? Hier das Das Karmbuch Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ähm. Blauer Ring? Ähm. Guck mal rein. Tja, das ist schlecht. Ich weiß nicht genau, wie ich ihn besiegen kann. Habe ich noch irgendwas vergessen hier? Deine Items? Ne, ne? Ich habe alles ausprobiert. Ah, okay. Vielleicht. Ähm. Ähm. Puh. Vielleicht dauert es einfach nur ein bisschen. Flöte? Aber es ist ja keine Schlange. Ich meine, ich kann es probieren. Ja. Ne, ich kann es nicht probieren. Dreizack durch. Den hatte ich auch schon probiert, oder? Das ist doof. Ha. Ähm. Hm. Hm. Ähm. Das hier? Nee. Hat jemand ne Idee? Hm. Geht's um ein Rätsel? Einmal wieder. Ja. Das ist, äh. Wir müssen hier an so einem, äh, Kopf vorbei. Und... Conquer the evil Pasquenade. Deception is all around you. Deception is all around you. Deception is all around me, okay. Vielleicht kann man hier einfach durch die Tür gehen. Man muss den gar nicht killen. Vielleicht ist die Tür ja offen. Die Musik ist schrecklich. Ja, aber das ist, äh, das ist, äh, das ist die beste Musik aller Zeiten. Deception is all around me. So, und das, das führt ja wieder hier hin. Ha. Ha! Hm. Schau über die Illusion, um die schwelle Pasquenade zu verletzen. Deception ist alles um dich. Ja, das hilft mir nicht. Wir haben was übersehen. Ja, wahrscheinlich, aber was denn? Und die Harfe könnte ich noch ausprobieren. Was ist das hier eigentlich? Vielleicht habe ich das hier gerade in dem Dungeon gefunden, weil das hat nämlich genau dieses Icon. Seht ihr? Vielleicht muss ich das ja benutzen, irgendwie. Mit den Schuhen einfach wegtreten, das wäre die Idee. Ja, vielleicht kann ich damit so die Illusion irgendwie entfernen. Okay, Moment. Wir probieren das jetzt. Ich wechsle auf das Ding. Und jetzt, Achtung! Es passiert nichts. Auf der Karte, ja. Ich muss nach rechts. Der muss auf jeden Fall, wir müssen den irgendwie besiegen können. Der Harfe? Oh. Okay, mit der Harfe kann man sich raus teleportieren. Okay, good to know. Good to know. Ähm... Ähm... Fuck. ...is all around you. Moment, ich guck mal nach. Ich guck mal nach. Habe ich vielleicht noch irgendwas vergessen, was ich hierfür brauche? Ich weiß, was du brauchst, aber nicht, wo man es bekommt. Oh, sag an. Schrein of Illusion. So, da habe ich so. Ah! Das Buch mit den... Mit dem N. Oh, okay. Dann habe ich, glaube ich, eine Idee, was es sein könnte. Okay, cool. Okay, danke fürs Gucken. Da muss ich nämlich nicht gucken. Ähm... Es gibt nämlich auf meiner Karte, die ich hier offen habe, die eine coole Person irgendwann mal gezeichnet hat, weil das Spiel ohne Karte scheiße ist. Ähm... Es gibt da etwas, das Noise-Spell heißt. Und Noise fängt ja mit N an. Uh, vielleicht ist es das. Das ist ein N-N-N-P hier. Ich schätze, es ist eine Fehl. Wieso kam mir jetzt der laute Sound? Warte, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte, jetzt bin ich hier oben. Ah, fuck. Nee, ich... Warte. Wir müssen runter. Wir müssen die Brücke über den Fluss finden. Die ist irgendwo hier unten. Was ist mit dieser Fee? Ja, so eine typische Zelda-Fee halt. Also die heilt uns, nehme ich mal an. Die hier habe ich auch noch nicht verstanden, die Gegner. Weil die machen, die machen legit einfach gar nichts. Okay, warte. So, jetzt bin ich hier. Okay. Natürlich war da ein Gegner. Und ich sehe nichts. Also, okay. Wir sind jetzt über dem Fluss. Genau. Da, wo wir vorhin das Herz gefunden haben. Das waren Pferde, ja. So. Forest of Taurian. Okay. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Hier müsste irgendwo rechts Müsste der Spell sein. Hier drin vielleicht? Okay, da kann man nicht rein. Kannst du mir sagen, was das Ziel des Spiels ist? Oh, hallo. Das Ziel des Spiels ist es, in sieben Dungeons, irgendwelche sieben Wannabe Triforce, die aber nicht das Triforce sind, zu finden. Um damit dann Ganon zu töten und Link aus der Gefangenschaft zu retten und dieses Land von Ptolemach zu retten. Link wurde entführt, ja. Du bist leid, meine Frau. Ich habe etwas, das du kannst nutzen können. Es kreiert einen Rund. Use es, wenn du es musst. Ah. Okay, okay. Super. Das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir mit Zelda noch irgendwie zurückkommen. Macht eure Ohren schon mal bereit. Vielleicht gibt es wieder Zirkus. What the f- Okay. Ich schätze, ich war in seiner Headbox. Ne, die Harfe ist nur, um aus dem Dungeon rauszukommen, wenn man drin ist. Es gibt aber auch Fast Travel Zauber. Ich habe aber den Fast Travel Zauber für das zweite Dungeon noch nicht gefunden. Der ist wahrscheinlich so ein bisschen tiefer drin. Ja, so krack wie das Spiel ist, es gibt tatsächlich Fast Travel. Das ist schon cool. Die abgemagerten Pferde. Ich finde es halt nur, ich finde es halt nur so krass, dass es hier halt wirklich keine, ähm, keine Musik gibt im ganzen Spiel. Dass die sich halt echt gesagt haben, jo, nö, brauchen wir nicht. Bitte nicht sterben. Okay. Geschafft. So, wieder rein da. Was sind das eigentlich für krasse Monster? Die sehen irgendwie so, die sehen irgendwie aus wie so Souls-Gegner. Oder aus Bloodborne vielleicht. So, irgendwelche gehäuteten, riesigen Ratten oder so. Mann! Ich brauche Herzen. Okay, so jetzt, okay, jetzt hier den Noise-Spell. Warum man ausgerechnet den Noise-Spell bei dem braucht, ist mir jetzt halt auch ein Rätsel, aber wir nehmen es einfach mal so hin. Es geht weiter, oh mein Gott. Oh, shit. 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 War das der Fast Travel? Jo, okay, okay. Also ich finde das Sounddesign bisher hervorragend. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Oh, die kann man nicht mit dem normalen. Toll. Ich will aus diesem Dungeon raus, Alter. Ja, das glaube ich auch. Habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube, das ist wirklich so. Dass der Zauber quasi nur zählt, wenn er wirklich aus dem Stab rauskommt, vorne. Ach shit, die habe ich auch noch. Ich glaube auch. Jetzt muss ich den auch nochmal. Meine Fresse, okay. Dieser Soundeffekt, Alter, ich komme nicht klar. Das ist... Nein! Christokan, willkommen zu unserer wunderschönen, entspannten Runde Zeldas Adventure. Ein Spiel, das definitiv produziert wurde. Bestes Spiel. Ja, bestes Spiel. Da kann ich eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, außer bestes Spiel. Bestes Game ever made. Bestes Spiel. Die geilste Zelda, die ich jemals in einem Zelda-Game gesehen habe. Definitiv diese hier. Ich fand sie direkt sympathisch. Okay, warte. Die muss ich jetzt nicht mehr killen. Okay. Äh, bestes Spiel. Bestes Spiel. Beleidich. Hey. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Deception ist all around you Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr müsst da jetzt durch, genauso wie ich Hier führt nix, nein, nein, hier führt nix vorbei Hier führt nix vorbei Ich bin mir sicher, das ist auch nur dieser eine Dungeon Ich bin mir sicher Die anderen sind bestimmt besser Look beyond delusion to conquer the evil Pasquenade Deception ist all around you Ich bin mir sicher, das ist auch nur der Ich bin mir sicher, das ist auch nur der Ich bin mir sicher, das ist auch nur der Okay, okay So, jetzt ist easy win, Achtung Ich geh jetzt hoch So Ich geh jetzt hoch und jetzt Warte, hab ich nicht Kann ich das mit dem Schild vielleicht? Schild OP Schild war ne gute Investition Oh, okay Let's go Oh fuck Okay Ich schätze, dieser schwarze Orb, der muss wahrscheinlich in dieses Wunde Podesta Okay Okay Ich glaube fast, dass mit dem einen lauten Sound ist ein Emulationsproblem und nicht irgendwie... Ich will glauben, dass es nicht Teil des normalen Spiels ist. Ich will daran glauben. Das ist okay, das ist okay. Der Durchgang ist offen. Der Durchgang ist offen. Schnauze. Wer ist das? Wer redet da überhaupt mit mir die ganze Zeit? Wer ist das? Wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Wir farben währenddessen sehr viele Rubine. Das heißt, wir können uns direkt neue Sachen kaufen, wenn wir hier rauskommen. Nein! Wieso? Das Herz wollte ich eigentlich noch haben. Okay, noise. Da ist der Herz. Sehr gut, okay. Weiter geht's. Dude! Okay, let's go. Okay. Easy, Gegner. Ihr habt uns schon gemeint, es gibt in dem Spiel, gibt es nicht einen Rubin, ne? Es gibt nur fünf oder zehn. Es gibt keine einzelnen Rubine. Finde ich sehr interessant. 200 Rubine, let's go. Damit könnte ich mir jetzt an diese Flaschen da kaufen. Okay. Alter, fucking Messer. Oh. Ah! Mit dem Messer schneidet man natürlich das Ze... Ja, okay. Ja, okay. Anstatt, dass sie einfach eine Tür öffnen. Okay. Oh! Ah. Oh! Look to your heart. Look to your dreams. You'll find that nothing is what it seems. Okay. Quasi noch so eine... zwei Kurven. Dann sind wir zum Boss vorgedrungen. Ich glaube, hierfür sollte man eigentlich die Kerze benutzen, aber ganz ehrlich... Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gut seht wie ich, aber... Ich habe eigentlich keine Probleme hier zu sehen, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, ob... I don't know. Egal. Kerze gespart. Die Musik wird immer krasser! Was ist das denn? Warte, warte, warte. Dafür habe ich, glaube ich, eine Notiz. Äh... Genau, mit Feuerspell machen wir die... die Krabben kaputt da. Ich habe halt nur noch ein Herz. Nur noch ein Herz, Mann! Was? Junge, die Hitboxen! Das ist ein Herz. Wenn... Die Musik wird nicht erheblich ... ... Alles gut, alles gut. Wir wissen, wie alles funktioniert. Das ist okay. Das ist okay. Ich muss jetzt einfach nur so ein bisschen konservativer mit meinen Herzen umgehen. Das ist alles. Das ist ja auch nicht mehr. Okay, easy. Okay. Okay. Voller HP. Voller HP. Voller HP. Voller HP. Die, genau, die sind fies. Okay, okay. Dann muss ich aufpassen. Genau, die haben mich viel HP gekostet letztes Mal. Muss ich jetzt wirklich das Messer nochmal benutzen? Hä? Okay. Sehr gut, okay. Voller HP. Laberbacke. So, wir haben voller HP. Okay, das muss doch jetzt, das muss doch jetzt möglich sein hier. Nein. Oh Gott. Ich finde es halt geil, dass die Waffen der Monster auch schon zur Hitbox gehören. So, okay. Feuer. Ich könnte auch das andere Feuer probieren. Das hier, das hier, was wir bekommen haben von der Schlange. Mal gucken, ob das auch geht. Das Ding ist ja komplett OP, Alter. Let's go. Joo. Eherzübubs. Dieses Spiel sieht sehr cursed aus. Bist du dir sicher? Die Musik. Oh Gott. Das sind noch mehr. Der Spell ist nicht mal so teuer, to be honest. Dafür, dass er so gut ist. Okay, nice. Okay. What the? Oh fuck, Alter. Diese Mistdinger, ey. Huh? Okay. Ähm. Okay, was soll ich tun? Was soll ich tun? Äh... Keine Ahnung, ey. Kann ich die angreifen? Nee. Ähm. Kann ich... Kann ich kamen. Nee. Ah, was ist das denn wieder? Äh... Fehler. Nee. Das ist ein Molotow-Cooktail-Flammenwerfer. Hast du nicht gesehen. Nee. 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 Warte, was? Ich hätte da durch können? Ich hab's probiert, da durchzugehen und es ging nicht. Deswegen dachte ich, ich muss die töten. Oh mein Gott. Ich hätte anscheinend einfach durchgehen können. Alter, dieses Spiel, ne? Wahrscheinlich hab ich nicht den genauen Pixel getroffen, um weiterzukommen. Das ist echt, das hier ist definitiv für mich so der nicht personifizierte, aber das hier ist quasi der pure Wahnsinn. So stelle ich mir Wahnsinn vor. Wahnsinn in Form eines Look beyond delus Das ist ein Albtraum. Das ist ein Albtraum. Warte, ich warte nochmal, ich warte nochmal. Go. Geh doch r... Ich kann nicht mehr, Alter. Ich dreh gleich durch. Ich dreh gleich komplett durch, Alter. Die ganze Zeit hat's funktioniert und jetzt geht's nicht mehr. Jetzt... Oh, geht... Okay, okay, Fokus, Fokus, Fokus. Ich möchte von diesen Feinden, die ich jetzt bekämpfe, gerne ein Herz haben. Bitte gib mir ein Herz, damit ich wieder volle HP habe. Vielen Dank. Halt die Schnauze, Mann. Ich will's nicht hören. Dann spinnt er da rum wie so ein Trottel, Alter. Chat, es ist okay. Ich bin mir sicher, nur dieses... Einemar, nur dieser Dungeon hier, der ist so, ja? Alle anderen Dungeons, die werden richtig viel Spaß machen. Okay, einfach warten, ja? Warten. Okay. Ich komm nicht weiter. Wo... Okay. Man musste irgendwie ganz komisch nach oben rechts, ein bisschen weiter nach rechts und dann ging's. Okay. 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 Wir sind vorm Boss, Leute. Ich mach jetzt die Musik wieder lauter, ja? Uns soll ja nix entgehen. Vor allem von diesem Geschwätz. Okay. Welcome, my lovely. Come, sit and rest. But first, let me give you one small test. Welcome, my lovely. Come, sit and rest. But first, let me give you one small test. Okay. Okay. Wir müssen das Pattern lernen, Leute. Wir müssen einfach nur das Pattern lernen, okay? Er fängt links an, dann... Dort steht er so komisch nach unten. Welcome, my lovely. So, okay. Come, sit and rest. But first... Ja, okay, jetzt sponnt er seine shit-dinge da. Ja, okay. 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 Okay, zuhören. Tipp. Die Mists high in the mountains, Leute. Die Mists high in the mountains, Leute. Zu leise. Ja. Das Problem ist, wenn ich es lauter mache für die Cutscenes, dann... Fetzt mir der andere Scheiß die Ohren weg. Okay. Wir müssen high in the mountains. Praktischerweise habe ich eine Karte hier. Also. Kurz verschnauft. Es kann weitergehen. Ich lösche jetzt einfach diesen kompletten Schrein aus meiner Erinnerung. Und dann ist alles gut. Schau mal, wie... Wie schön die Atmo auch jetzt wieder ist, Leute. Wieso war der jetzt wieder... Keiner Wechseliciauer. Gei, ich weiß nicht, glaube ich. Ja, die Fee hat auch schon bessere Tage gesehen Alles gut, Leute Das war, ich glaube, das Vertraut mir Das war bestimmt der schlimmste Part Im ganzen Spiel Alles andere wird ein Zucker schlecken Und wir werden keine komischen Soundprobleme mehr haben Ihr müsst einfach fest daran glauben, okay? Wenn wir fest genug daran glauben Dann wird es geschehen Habe ich gelernt In Anime Wo bin ich? Soll ich mir mal so ein Ding kaufen? Ich weiß ja nicht, was es ist Ja, komm, scheiß drauf Ich kaufe es hier jetzt Und mal gucken, was passiert Wahrscheinlich ist es komplette Verschwendung Wisst ihr, was das sein könnte? Das könnte halt echt so Wasser sein So eine Heil-Potion quasi Die ich dann so mitten im Kampf Vielleicht verwenden kann Ich gehe jetzt mal einfach davon aus Das ist sowas Also ich werde sie jetzt mal nicht austesten Wieso sind hier Fische Wo bin ich? Okay, wo bin ich? Wo bin ich? Bin hier, okay Bin hier, okay Ich will eigentlich Äh Wobei, nee, das ist gut Nee, das ist gut Das ist gut Warte, das ist Ich glaube, wir gehen gut Wir gehen gut Aber seht ihr, das ist ganz entspannt jetzt Also keine Sound-Issues mehr Wir haben eine coole Wasser-Atmo Zehn Rubinen, damit ich Ich bin die fucking Prinzessin von Hyrule Du fucking Bastard, Alter Was ist das denn hier? Unglaublich Jetzt weiß ich aber genau, wo ich bin Weil auf der Karte steht Gate Das war sehr wahrscheinlich das Gate Okay Es ist, es ist halt nicht mal Hyrule Das ist nicht Hyrule Das ist, äh, wie heißt es? Ptolemac Heißt dieses Land Das ist okay, Leute Ich habe einen Shortcut Ich habe einen Shortcut Achtung Ich zeige euch jetzt meine Orientierungs-Pathfinder-Gaming-Skills, okay Ich habe einen Shortcut Die sind definitiv ganz oben mit dabei Für, äh, beste Sound-Effekte So, ihr erinnert euch doch sicher Dass es hier oben eine Höhle gab, ja? Da haben wir die Harfe drin gefunden Und ob ihr es glaubt oder nicht Wenn ich jetzt durch diese Höhle da durchgehe Links kann man posten, wenn man, äh, subscribed ist Und das bist du Ja Also kannst du gerne Was ist das für ein Vieh? Okay Ähm So, das führt hier durch Da unten ist auch ein Herz Aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme Das wäre aber geil, wenn ich das kriege Moment Mal kurz austesten hier Ob ich da unten hinkomme Ich hoffe, es ist nicht zu gefährlich Oh oh Ja Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich bin zu ungeduldig, das ist es Ich muss, ich muss, äh Ich muss smarter vorgehen Ich muss öfter meine Waffen benutzen auch vor allem Es ist wieder das alte Problem Ich will meine Rubine nicht verschwenden Deswegen benutze ich keine Waffen Aber das Spiel will, dass man Waffen benutzt Damit man bessere Chancen hat Natürlich Okay Okay So, ab jetzt benutze ich meine, meine Weapons Okay, okay Ähm Breitschwert Wenn die halt wenigstens was droppen würden, ne? Was gut ist Aber da verschwendest du irgendwie so Ultrafeely Okay, okay, dann fuck you So, angeblich ist hier Noch eins weiter links Ist ein Herz Hier irgendwo müsste das sein Ja, die Höhle, die Höhle Let's go Da seht ihr, Gaming hier So, und wenn ich jetzt Nach oben rechts gehe Wo wir sowieso hin müssen Da gibt es sogar noch ein Herz Wir machen uns jetzt so richtig, richtig gesund Und dann wird der Rest des Spiels Ein Pipi Äh, Pipi Pipifax Sowas in der Art Kinderspiel Pipifax Äh, ja Sowas auf die Art Es wird einfach Bestimmt Das Spiel geht nämlich nicht davon aus, dass wir so viele Herzen haben Ist da hier eigentlich was drin? Was? Southport is definitely the place to come, if you need to set to sea Okay, cool Danke für das Gespräch Ich geh dann mal weiter Das Spiel geht nämlich nicht davon aus, dass wir so viele Herzen haben Great Dry Canyon, Swamp of Pendos. Alrighty. Okay, das scheint wohl nicht zu funktionieren. Oh, okay. Ja, was kannst du mir denn verkaufen? Hä? Da ist doch gar nichts. Vielleicht verkauft der auch so Kerze und diese Wasserflasche und wir können davon immer nur eine haben. Aber das kann sein, dass die da einfach nicht erscheinen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich schwöre, ich weiß, wo ich hingehe. So ungefähr. Ja. Ähm. Oh. Äh. Ja, ne? Das ist krass. Also wie gut die Atme ist. Ah, hier geht's weiter. Äh... Ja, das ist richtig. Das ist ein bisschen zu überrasen. Das ist ein bisschen zu überrasen. Das ist eine ... Und das ist ein bisschen dritte. Es ist ein bisschen dritten, denn das ist ein bisschen... Ja. Ja, okay, also, ja, zwei Rubine, okay, ich bin reich. Okay, noch ein Herz, jawohl, oh, zweite Reihe schon. Jetzt hat das, das Spiel hat jetzt eigentlich keine Chance mehr gegen uns. Jetzt ist easy going, jetzt ist, jetzt ist es vorbei. Puh. Ach, eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. Und weiter weiß ich nicht, äh, doch wir jetzt an Land gehen. Oh la hi. Oh la ho. Ähm. So, das war schon mal gut, Leute. Wir haben jetzt schon mal verdammt viel Leben. Das wird natürlich den Rest des Spiels jetzt, ähm, richtig easy machen. So, was ich jetzt noch haben möchte, ist neue Stiefel. Zelda, we pray you walk softly here and bring no enemies on us. We have built our village on the Barakno Marsh as a refuge to avoid Ganon's fellows. The dome house is the home of our philosopher Serum Vue, whose logic is not always easy to follow. Das sieht irgendwie sehr merkwürdig aus, das Sprite hier. Vor allem, ist das legit einfach nur eine Frau, die sich so ein Handtuch über den Kopf gezogen hat und so tut, als wäre das eine Kutte? Ich glaube schon. Ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben noch nie einen Satz mit weniger Inhalt gehört als diesen hier. Ja, meine Augen haben nämlich auch gesehen, was sie gesehen haben. Ja, what the fuck. Das war der dümmste Satz, den ich jemals gehört habe. Okay. Anyway, jetzt haben wir die gelben Stiefel. Ich weiß übrigens nicht, was die Stiefel machen. Ich habe keine Ahnung. Hi there, Zelda. It's good to see you. I hope you like the swamp. We like it here, because we know Ganon hates it. Okay. 100 für X. Hey, klar. Wird gekauft. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber... Das es halt nicht mal eine Erklärung für die Items gibt. Ich kann halt nicht... Ich kann es nicht verstehen, warum sie sich nicht mal die Mühe gegeben haben, die Items zu erklären, die man kaufen kann. Aber das ist doch wirklich so das Mindeste. Das ist kompletter Schwachsinn. Okay, äh... Wir müssen nach Norden. Ja. Ja. In die Mountains oder so, meinte er. Ich schätze, dass hier sind die Mountains. Obwohl da Wüste stand, aber... Wird schon stimmen. Ich schau mal, was... Das wäre cool, ja. Das wäre cool. Ich habe nämlich wirklich... Ich habe gar keine Ahnung. Leider. Die Waffen kann man ja einigermaßen ausprobieren. Da haben wir auch schon das meiste ausprobiert. Ähm... Hier oben... Also von so ein paar Gegenständen weiß ich, was sie tun. Was ich gar nicht weiß, ist diese Flasche mit Wasser. Ich vermute, das füllt meine HP auf. Dann diese Dinger hier. Auch keine Ahnung. Das sind aber, glaube ich... Ich glaube, das sind die... Ach, Moment. Sind das die Dinger? Ne, kann nicht sein. Auf jeden Fall, die haben die Logos von den Dungeons. Wo wir bisher drin waren. So, dann das hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich nehme mal ein Floß. Dass wir damit wahrscheinlich über Wasser können. Die Stiefel, die haben wir sehr, sehr früh gefunden im ersten Dungeon. Und ich habe keine Ahnung, was die machen. Und jetzt haben wir auch gelbe. Und ich habe auch keine Ahnung, was die machen. Und diese zwei Flaschen hier mit X und... Was ist das hier? Keine Ahnung. Das sieht aus wie eine Fee oder so, die da drauf ist. Was die machen, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Blue Potion HP. Okay, gut geraten. Blue Potion füllt HP auf. Okay, das ist gut. Warte, wo bin ich? Die Karte auch. Jesus. Okay. Wir sind aber... Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Hm? Ja, ja, ja. Ride the raft across the water. Ja, okay. Das ist auch richtig geraten. Oh, hallo. Ich bin Mintol und weiß, wer du bist. Hast du nicht mit deiner Rehabilitation? Ich würde sicher. Die Dialoge halt auch. Bottle with X. Repellent. This scares away Swamp Solars. Oh. Okay. Also war das eigentlich komplett unnötig. Super. Toll. Super. What the fuck? Kakteen? Oder evil Kakteen. Bottle of Wind. Creates Wind to move the raft when there is no wind. Oh, okay. Also das... Ja. Die Feen heilen uns. Okay, super. Wir lernen so langsam alles über das Spiel, was es gibt. Okay, also die Bottle of Wind ist dann wahrscheinlich... So eine Art Key-Item. Also die braucht man wahrscheinlich. Effekt ist unknown für die Stiefel. Was? Vor allem currently. Currently unknown. Sehr geil. These allow you to cross the river north of Mission. Oh. Oh. Weil man vorher nicht über die Flüsse gehen kann. Danach kann man dann über die Flüsse gehen. Oh, okay. Okay. Ja, vielleicht sind die gelben... Vielleicht sind die gelben Boots dann für den Sumpf irgendwie. Wenn man die ja im Sumpf bekommt. Ah, cool. Okay. Okay. Das ergibt Sinn. Die sehen ja auch so ein bisschen aus wie so Gummistiefel, ne? Ja, schon. Ja. Okay. Nice. Danke fürs Nachgucken. Ja, die Harfe, das wissen wir schon. Also die teleportiert uns zurück zum Dungeon-Start. Kann auch sehr praktisch sein. Äh. Ah, das hier ist übrigens... Das hier ist der Eingang zum dritten Schrein, liebe Freunde. Ähm. Und ich glaube, hätte ich das nicht schon gesehen. Vorher würde ich das hier nicht tun. Aber... Der Vogel bringt uns da hin. So, hier ist der dritte Schrein. Bisher keine nervige Musik. Das ist schon mal gut. So, ich glaube, mit dem Karm-Spell können wir diese Wind-Dinger zerstören. Weil, ne? Also wir beruhigen den Wind mit Karm. What the... Was ist denn wieder hier so komische Eis-Mechanik? Das ist wahrscheinlich die Karte. Ach, Moment. Sind das hier... Das sind die Karten der Dungeons. Die werden einzeln als Schätze angezeigt? Oh. Okay, da wäre jetzt das auch aufgeklärt. Deswegen haben die auch die Logos der Dungeons. Okay. Oh. Oh, das sieht doch relativ easy aus. Guck mal. Da gibt es nur einen Weg. Kann ja nicht so schwer sein. Right? Man läuft hier so komisch irgendwie. Okay. Das ist einfach nur so ein paar Anfangsprobleme. Alles gut. Alles gut. Erstmal dran gewöhnen an die Dungeon-Mechanik hier. Also man läuft irgendwie so ein bisschen komisch. Es ist so ein bisschen wie... Als wäre es Eis, aber nicht so ganz Eis. Und ich kriege nicht mal... Ich kriege nicht mal was dafür. Puh... Wieso sieht denn das jetzt aus wie... Wie eine Wabe? Ich dachte, das wäre... Es ist der Schrein des Windes und... Oh. Oh. Okay. Pfeil und Bogen. Klassiker. What the... You can never catch me... You can never catch me... Ha ha ha... Rrrr! yellowerään ... You can never catch me... Untertitelung des ZDF, 2020 Das finde ich halt so scheiße, dass du halt nicht weißt, ob irgendwas wirklich jetzt hilft oder nicht. Jetzt habe ich halt so viele Rubine verschwendet und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas gebracht hat bei dem. Es sah so aus, als hätte es was gebracht, aber... Das ist halt einfach schlechtes Gamedesign. Ups. Dann gib mir ein paar Rubine, bitte. Ja, danke. Dann probiere ich es halt mal mit meinem Stab einfach nur. Das ist nicht dein fucking Ernst. Okay. Okay. Ja, ja, gib mir Rubine. Ich brauche wieder Geld. Oh, okay. Das war der Kompass, oder? Ah, nee, das war auch das... Oh, das war auch der, ähm... Ja. Der Fast Travel... Dings da. Okay. Aber dafür ist das hier von der Navigation her halt ziemlich easy. Aber seht ihr, wie ich gesagt habe, es ist jetzt von der Audio-Lautstärke und so her, das ist jetzt viel gechillter als der Zirkus. Der Zirkus war einfach nur, die haben uns probiert, rauszuekeln wirklich, weißt du, mit der Musik und so und allem drum und dran und... Hallihallo, willkommen zu diesem wunderschönen Spiel. Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Oh! 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 Bisschen! Oh! Ich kann nicht mehr... Oh! Halt auf! 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 Alter, ich geh hier kaputt! Halt auf! Halt auf! Halt auf! Okay, einfach mit Stab! Halt auf! 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 Jetzt frage ich mich aber gerade, vorhin ist doch der Boss der genauso aussah. Ich glaube ich hatte den in drei Schlägen tot oder so. Oder vier. Ob die vielleicht unterschiedliche Schwächen haben? Halt auf! Halt auf! Halt auf! Halt auf! ... ... ... ... ... Zählter. Du kannst niemals mich treffen. Du kannst niemals! Aber vielleicht ist es so. Vielleicht ist dieses Spiel einfach nur verrückt. So wirklich ausschließen kann ich das nicht. Ich meine, ganz ehrlich, nach dem Zirkus... Nach dem Zirkus-Dungeon überrascht mich gar nichts mehr. Untertitelung. Draco. 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 Ich glaube, das ist bisher mein Lieblingssound-Effekt. Der ist auf jeden Fall ganz weit oben. Das ist halt so geil, weil es legit einfach auf irgendeiner Stock-Sound-Effekt-Webseite einfach so Mücke eingegeben wird. Ist das gut, ja. Moment, ich probiere den nochmal mit dem Bogen anzuschießen. Okay, das geht gar nicht. Die Angriffe von den Furzwolken können mit dem Schild abgewehrt werden. Okay, ja gut, aber wenn ich das Schild equippt habe, dann kann ich nicht angreifen. Das bringt mir dann auch nicht viel. Weil ich muss, ich muss, das Vieh muss ich ja killen, um weiterzukommen, glaube ich. Oder? Moment. Ich check mal kurz Karte hier. Das ist der beste Sound, ne? Das ist der geilste Sound bisher. So, wir sind, okay, wir sind dieser weiße Raum, ganz unten links. Ja, wir müssen hoch. Ja, okay. Also wir müssen das Vieh auf jeden Fall töten und dann können wir hoch. Ähm, was könnte denn noch gut sein? Vielleicht mein Molotow-Cocktail. Fieder? Federer? Ja. Die Feder, die Feder ist eigentlich ganz nice, weil die schießt wirklich ziemlich breit gefächert auch, kostet nur zwei Rubine. Ja, aber ganz ehrlich, das Ding schießt halt eigentlich so berechenbar. Ich glaube, wenn ich einfach hier chille, irgendwann kommt der dann neben mich, ja genau hier und dann kann ich einfach draufhauen. Ja, ich glaube, die sind einfach nur mega tanky, weil ich glaube, solange irgendwas rot glüht, wenn wir draufhauen, dann kriegt es, glaube ich, Schaden. Weil vorhin hatten wir ja das eine Beispiel, dass da irgendwas eher so blau glüht hat und der hat keinen Schaden genommen. Tanky Luft. Das ist hier, by the way, riveting Gameplay natürlich jetzt. Richtig gut. Darauf trinke ich an. Let's go! Alter, was ist denn das hier? So Aladdin fliegender Teppich oder was? Oh-oh, Schiebepuzzle. Warte, ist das, ist das der Level an Puzzle, den dieses Spiel hat? Oh, okay. Sehr schön. Da war eine, da war eine Trap, ey. Ich wurde getrappt. Wow. Ja, wenn das, wenn das der Level an Puzzle ist, dann, ähm, dann haben wir keine Probleme. So, hier kann ich entweder da rein oder nach rechts. Rechts sind Fledermäuse, okay. Mal killen, vielleicht troppen die was. Nope. Du hast das Wiki offen, das ist sehr gut. Dann kannst du mich, dann kannst du mich hier durchlotsen. Ah, guck mal da, die kann man unendlich oft spawnen. Nice. Was sind das, ey? Das sind, das sind wild gewordene Truthähne, Alter. Weißt du, so Thanksgiving hatten sie keinen Bock, Alter. Was ist das hier? Der Teppich sorgt dafür, dass du nicht ganz so stark... Oh, echt? Ich merke davon gar nichts. Achso, muss ich ihn equipen dafür? Äh. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich mehr rutsche. Davon? Okay. Laut Wiki zumindest. Das Wiki ist ich wahrscheinlich auch nicht so ganz sicher. Kann ich bitte diese Gegner das ganze Spiel überhaben? Die machen mich echt glücklich. Wie passen Mücken und Eis zusammen? Ja, vor allem, wenn du dir noch überlegst, dass das hier der Wind-Tempel ist. Nichts hier drin sieht irgendwie nach Wind aus, außer diese komischen Pustewolken. Okay. Okay. Das ist so mies. Oh, ist das Boss? Oh, das ist der Boss. Leute, das ist der Boss schon. Nehme ich die breite Feder hier. Hä, ich verstehe nicht ganz. Okay, manchmal macht es Schaden, manchmal nicht. Die Flügel? Ich glaube, die Flügel sind nur verwundbar. Oder so. Äh, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, wend, ich probiere mal. Ich probiere mal den Molotow. Der Gigatrutan. Ja. Hm. Vielleicht mit Pfein und Bogen eher? Ich habe bisher noch nicht verstanden, wie ich Schaden mache und wie nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Feder schon ein paar Mal getroffen hat. Aber es ist natürlich schwer einzuschätzen, warum. Gerade weil die so breit fliegt. Das hat jetzt Damage gemacht. Warum? Ich bleibe jetzt einfach bei der Feder und, ähm, ich habe fast so die, die Eingebung, dass es Schaden macht, wenn es relativ lange fliegt. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist, aber ich probiere es mal. Ich habe, ich habe keine Ahnung. Freunde, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es hat geklappt irgendwie. Okay, neuer Tipp. Ich mache lauter. Das hat jetzt wirklich gar nicht weitergeholfen. Okay, nach Nordwesten sollen wir, ja. Und wir müssen uns merken, wir sind die einzigen, die unser Schicksal bestimmen. Das ist so, so ein richtig generik Satz einfach. Oh, komm her, sit mit mir. Warm yourself by the fire. I know it can get colder than Ganon's heart up here, but I've endured worse. Once, when I was in the forest of Taurean, no, it was, it was the forest of Kenvula. No, no, it cannot be true, for Kenvula wood is always hot. And did I say, I did say it was cold, right? Okay, well, then it was the forest of Taurean. Denn unsere Augen haben gesehen, was sie gesehen haben, ja. Das stimmt, ja. Wie groß ist der eigentlich im Vergleich zu ihr? What the fuck, Alter? Und wo ist sein Feuer, von dem er mir gerade erzählt hat? Ich bin nur ein kleines Mädchen? Junge, ich bin Prinzessin Zelda. Die Thronfolgerin von Hyrule. Bisschen Respekt hier. Die größte Trutan-Schlechterin, äh, westlich des, äh, Zora-Sees. What the fuck? Something you seek is not of this world, but a body, defeat the woman of the air. It is to the east you must go. Was? War ich doch. Okay. Haha. Der hat auch noch nicht die Zeitung gelesen heute. Ja, aber schaut mal, wie es jetzt vorangeht, oder? Viel besser als der Zirkus. What foolish human comes this way. She who tarries here, never leaves. Genie. Okay. Ab geht's. Direkt schon der nächste Dungeon. Holy shit. Ich, ich versuche mal live immer anzupassen, die, die Lautstärke, weil die ist teilweise irgendwie, manchmal ist sie leise, manchmal ist sie laut, I don't know, ey. So, aber ja, das hier ist der, äh, der Shrine of Destiny anscheinend. Oh, fuck. Warte, die kennen wir ja schon. Oh, fuck. Das ist komplett überdramatische Musik, Alter. Okay. Suddenly Horror Game? Okay. Oh, das sind Mumien. Die sind bestimmt gegen Feuerschwach. Ups. Das sieht so scheiße aus, Alter. Alter, meine Frames. Es ist zu viel Shit auf dem Bildschirm. Junge, es stirbt. Kostet mir so viel Geld. So, da haben wir schon mal den Kompass und, ähm, gleichzeitig auch den Fast Travel Spell. Ähm, der Boss ist irgendwo ganz anders. Das ist, ähm, der Boss. Ich habe keinen Plan, wohin ich gehe, by the way. Es ist einfach nur so, ich laufe momentan einfach nur der Nase nach. Hoffe, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich hin muss. Oh nein! Oh fuck, die Bastarde wieder. Nein! Oh mein Gott, wieso ist sie wieder am Schlittern? Da war, da war null Indicator, dass das irgendwie rutschig sein soll. Fucking shit, man. They work in the light or dark. Princesses or fools. In my shrine, you have to play by my... Ich glaube übrigens, das ist auch immer die gleiche Stimme. Und die probiert halt so hardcore ihre Stimme zu verstellen jedes Mal, damit es nicht gleich klickt. Aber man hört es trotzdem raus. Das Schöne und Gnädige ist ja wirklich, dass die Feinde immer tot bleiben. Also zumindest, solange man nicht selbst stirbt. Das ist ja eigentlich recht angenehm noch. Das Schöne und Gnädige ist ja wirklich, dass die Feinde immer tot bleiben. Ich verstehe wirklich... Das, was ich wirklich nicht verstehe, ist, wie die es nicht mal geschafft haben, dass die Musik einfach weiter spielt, während man halt den Bildschirm wechselt. Das ist doch... Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. So, hier sind wir wieder. Also... Jetzt weiß ich auch, dass da anscheinend Abgründe sind, links und rechts von mir. Natürlich rennt er jetzt gegen mich, weil das die einzige Stelle ist, wo ich ihn nicht attackieren kann. Supergeil. Okay, okay, so. Ähm... Oh je. Oh je. Oh je. Tauben? Okay. 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 Ja, ja, genau, genau. Die laden halt wirklich jede Map neu und laden dann quasi auf jeder Map die Musik neu, aber das ist doch so dumm, also, ich frag mich ja nur, warum, warum, das wäre wirklich nicht schwer, ähm, besser zu machen. Ich mache mir langsam so ein bisschen Sorgen um meine Rubine, äh, das wird ein bisschen eng hier. Okay, das hier ist eine Trap. Ich habe gehört, du willst ein Remaster machen, es gibt eines, ähm, es hat sich jemand mal die Mühe gemacht, also nicht nur die anderen zwei CD-Eye-Spiele zu remastern, es gibt auch ein Remaster von dem Spiel hier, als Gameboy-Version. Also sprich, irgendjemand hat das quasi nachgebaut, aber als Gameboy-Spiel und es ist natürlich besser. Weil ich sag ja so, an sich von der Idee ist es ja gar nicht so schlecht. Ähm, okay. Ist das jetzt schon der Boss? Ja. Zelda, I am your destiny, I win the cause of your quest. Äh, das ist schon der Boss? Ich dachte... So you found Malmord's home at last? Now touch your wand to the stone in the right, for I am Malmord who... ...to all future and past, and I will make us even in magic and might. Let's go. Das war's für heute. Oh ja, okay, warte, ich mach wieder laut. The Great Sea Island to the South, okay. Da muss ich jetzt wahrscheinlich mit dem Boot irgendwie, mit dem Floß, muss ich da wahrscheinlich rüber. Aber what the fuck, der Schrein war jetzt irgendwie... ziemlich lame, da ist irgendwie nicht viel passiert drunter, to be honest. Alles klar, alles klar. Moment, hab ich die normale Waffe wieder? Ja. Ja, ich mach mir ein bisschen Sorgen um meinen Rubin-Stand. Das ist... Ich hab nicht mehr so viel. So wie es aussieht, wollen die jetzt immer öfter, dass ich halt wirklich meine Spells auch benutze. Ich könnte eigentlich auch... Wobei lohnt sich das? Ich überlege gerade, ob ich fast-travele. Aber wohin würde ich denn da traveln? Na, so richtig, so richtig lohnt sich's ja nicht. Der kürzeste Weg wäre witzigerweise, wenn ich einfach sterbe. Beim normalen Start neu anfange, aber... Dadurch, dass ich sowieso ein paar Rubine brauche, können wir laufen hier einfach mal durch. Gucken, was wir da so... droppen können. Okay, jetzt haben wir schon wieder über 100. Also eine Reihe Herzen sind sieben. Das triggert mich ein bisschen. Ne ungerade Zahl. Ne Primzahl sogar. Schrecklich. Ah, hier der Typ. Der jetzt irgendwie weg ist. Äh, genau. Hier nach links. Dann müsste irgendwie die Brücke wieder sein. Okay, das mit den Rubinen ist jetzt doch wieder... hat sich eingerenkt. Ich muss nur gucken, wie ich jetzt hier rüber komme über das äh... Jetzt da unten, über das Wasser? Ah, wobei mit meinen Stiefeln kann ich vielleicht rüber. Geht das, wenn ich die Stiefel... Ich die Stiefel erköpfe? Ne. Schade. Ja, okay. Dann geh ich halt links rum. Meine Gott. Meine Gott. Meine Gott. Meine Gott. Meine Gott. Meine Gott. Wir sind aber legit sehr gut in der Zeit. Also... Laut How Long To Beat würde das Spiel 6 Stunden dauern? Äh, wir streamen jetzt ungefähr 3. Also spielen ungefähr 3 Stunden. Und äh, wir sind schon recht weit. Also ich glaube, das ist schon... So 70% oder so. Geht ganz gut voran. Krasses Ultra-Tentakelvieh. Kann mir auch nix mehr. Ah, warte. Hier in der Stadt gab's doch noch... Äh... Da gab's doch noch Ultra... So einen krassen Spell. Wie teuer war der denn? Oh, und es gab noch die Upgrade-Items. Die, die, ähm... Diesen grünen Edelstein da. Genau, den da. Ich hol mir das. Glaub ich. Ich bin sicher, Mac hat mir gesagt, dass du kommst. Ich habe dich erwartet, dass du noch eine Verteidigung hast. Es ist wichtig, zu erinnern, dass die Magie-Adornungen dich von vielen Menschen zu retten. Mh... Mh... Der könnte vielleicht auch mächtig sein. Mh... Mh... Mal sehen. Ich mein, im Moment brauche ich auf jeden Fall nicht unbedingt so einen krasseren Spell. Im Moment geht das ja ganz gut voran hier. Äh... Vielleicht wenn ich im nächsten Dungeon nochmal so ein bisschen Geld mache. Dann kann ich mir den vielleicht gönnen. Aber jetzt waren wir erst mal die erhöhte Defense wichtiger. Falls das überhaupt funktioniert. Vielleicht ist das auch ein Scam, I don't know. Ja, ja, ich weiß. Da wollen wir gerade hin, Freunde. Da wollen wir gerade hin. Brücke. Ruhe. Ich will nichts hören. Schnauze. Habe ich die schon immer getushottet? Ich frage mich gerade, ob ich mit der Zeit auch stärker werde. Wahrscheinlich nicht. Nee, 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 nee. So, wo bin ich? Hm, hier ungefähr, okay. Das ist auch so random. So, die Rubine sind gut aufgefüllt. Und ich habe eine Menge Leben. So, jetzt gehen wir abermals hier durch die Höhle durch. Und dann müssen wir nämlich weiter nach unten. Da, wo wir, äh, vor einiger Zeit mal das, ähm, den Herzcontainer gefunden haben. Die sind doch bestimmt auch gegen irgendwas, die sind doch gegen irgendwas bestimmt schwach. Anscheinend nicht der Bogen. Die Feder auch nicht. Man, ich wüsste halt gerne, gegen was die schwach sind, weil die nerven mich schon ein bisschen. So tanky wie die sind. Was ist mit ihm da? Okay. Ich meine, praktischerweise klappt der Stab schon gegen die meisten, aber die Viecher hier sind echt nervig. Sogar die, also, sogar bei denen habe ich das Gefühl, dass der, der Stab ist besser als alle Spells, die ich bisher probiert habe. Das ist ein bisschen traurig, aber, traurig, aber wahr. So, das war die Höhle mit dem Herzteil. Und jetzt gehen wir hier weiter. Aua. Aua. Hallo? Hahaha. Okay. Seacoast Plain. Ach, dem muss ich jetzt quasi das, äh, welches war es, äh, das hier geben. Oh, okay. Okay. Äh. Okay. Und jetzt? Okay. Und jetzt? Soll ich euch noch bezahlen? Okay. Okay. Mann, es ist so ein Abenteuer, ey. Krass. Oh, shit. Oh, shit. What the fu- Bro, was ist das für ein Vieh? Okay. Großartig. Oh, shit. Okay, also Nessie, Nessie möchte nicht, dass wir da durchkommen. Also müssen wir Nessie eine Lektion erteilen. Hallo? Zelda? Das war nicht, wo sie sonst immer durch die Map gekommen ist. Oh well. Ich habe mich sicher gemacht. Ich habe mich über die Lektion im Laufe der An novel. Ich habe die Lektion und mir was. Ich bin nur ein, ich bin ein. Ich habe den Lektion und ich bin nur ein. Ich bin nur ein, ich bin nur ein. Ich bin nur ein. Äh, ist ja ganz schön. Ich bin nicht ohne. Ich bin nur ein. Ich bin nur ein. Aua! Stirb! Der Typ ist super verwirrend, der steht da einfach rum, hat keine Hitbox und redet auch nicht. Der chillt da einfach ab. Ja, ich weiß Bescheid, ich muss selber pusten, ja. Puste, puste. Ja. Geld, ja. 20 Rubine und eine Windflasche. Okay, Moment, wie bekämpfe ich das für am besten? Es ist ein Seemonster. Ja, wahrscheinlich kein Feuer. Vielleicht die Axt. Und den Kopf abschlagen. Ja, komm, 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 komm. Okay, nice. Der wäre erledigt. Noch einer? Hoffe nicht. Okay. Okay. Hier? Irgendwo bin ich angekommen. Sea Island. A strong spirit leads the way to the troubled waters that lie ahead. Stay above water and you will conquer the evil Aguanga. Okay. Stay above water. Oh nein. Es ist wieder so ein... Oh. Okay. Okay, die Karte habe ich anscheinend auch schon. Es ist wirklich immer die gleiche Stimme. Gute, da habe ich ja gerade genau das hier bekommen. Das würde ja theoretisch passen. Hä? Ich verstehe nicht, warum das denn überhaupt drin ist. Du findest im Raum davor, wo du sowieso durch musst, findest du diese Planke. Was ist das für ein Rätsel? Oh, okay. Das hier ist die Karte. Es ist wieder sehr straightforward. Tatsächlich. Wir gehen jetzt so schlängelnd, gehen wir da runter. Und ich nehme an, da wo die freien Flächen sind, da fahren wir vielleicht mit Wasser oder keine Ahnung. Töte sie, Zelda. Töte sie. I am the South Kelby. Es ist mein Honour. Ein Kelby. Also so ein Wasservieh. Gegen Wasser. Eis. Töte sie für meine Frau, die großartige Frau. Ja, toll. Ja, aber. Das ist so doof, weil wenn die halt einfach auf dir draufstecken, kannst du sie halt nicht mit Zaubern treffen. Das geht einfach nicht. Ah. Mein Gott. Schon wieder 5000 Herzen verloren. Ich bin der Wasser. Ich bin der Wasser, bittesch. Ich bin der Wasser, bittesch. Ich muss hier ein bisschen chillen. Ich brauche Herzen. Nein. 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 Ja, es sieht nach vielem aus, aber nicht nach einem Zauberstab. Da stimme ich vollkommen zu. Okay. Zumindest weiß ich, dass das Eis funktioniert. Das ist schon mal gut. Es ist komplett. Freiheit. Nice. Okay, geht doch. Geht doch. Oh, meine Rubine. What the fuck? Braucht das so viel? Oh shit. Ist aber nicht gut. Wenn noch so ein Vieh kommt, habe ich Probleme. Ich bin Gwanda. Ich damme auf die Stränen. Ich ziehe die Wasser unter den Boden. Ich ziehe die Wasser. Sporte von Jew und deny them to my enemies. You are trespassing here. No shit, Sherlock. Das Ding sieht so gefährlich aus, aber es ist so... Es ist so einfach zu töten. Ich bin der Nordkanzler. Scheiße. Das ist schlecht. Jetzt habe ich halt... Jetzt habe ich ein Problem, weil ich nicht genug Robine habe. Was mache ich denn jetzt? Toll. Okay, dann... Ja. Dann muss ich wohl raus und muss mir Robine holen. Das ist toll gemacht hier. Außer hier spawnen nochmal Monster irgendwo. Aber ich glaube nicht. A strong spirit leads the way to the troubled waters that lie ahead. Stay above water and you will conquer the evil like Wanda. Ja, darf ich bitte raus? Das ist doch auch kacke, weil ich jetzt... Ach man. Gibt es hier wenigstens Monster auf der Insel? Irgendwo. Sonst muss ich ja wieder komplett runter von der Insel und dann... Oh, ist das scheiße. Ja, wobei, wenn ich jetzt nochmal reingehe... Dann müssten ja eigentlich wieder Monster da sein. Hoffentlich. A strong spirit leads the way to the... Ja, Schnauze. Wissen wir. Okay. Monster respawn. Das ist gut. Ah, jetzt brauche ich aber halt... Okay. Hier ist die Strategie. Ich lasse mich die ganze Zeit absichtlich töten hier. Damit die Monster respawnen. Und damit ich genug Robine habe. Es ist super nervig. Aber es ist wirklich die beste Möglichkeit, wie ich jetzt in Robine komme. Und damit ihr, wie ich wieder rauskomme. Waren da nicht noch irgendwo Monster? Ja, hier. Ich muss auch mal gucken, ob dieser andere Vorboss jetzt auch wieder da ist, weil wenn ja, dann... Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Und dann toppen die halt nicht mal. Ich glaube, es ist mir doch zu dumm. Dann gehe ich wirklich, keine Ahnung, hier oder da. Geht nicht in... Okay, dann halt zuerst die Schusshafe. Das dauert ja ewig, wenn ich das so mache. Die troppen nicht mal immer irgendwas. Ich teleportiere mich jetzt einfach irgendwo hin. Ich sammle hier Biene. Dann hole ich mir so, keine Ahnung, 200 oder so. Das wird ja nicht mal reichen. Das ist eigentlich ein echt guter Ort, um Rubine zu farmen. Diese Höhle da unten. Allgemein der Wald, weil hier sind viele Monster auf einmal. Die gehen auch relativ schnell kaputt. Definitiv besser als da direkt im Dungeon. Wenn sie jetzt noch Rubine troppen würden, wäre halt alles super. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Ja, und dann einfach so ein bisschen sparsam umgehen mit dem Spell, weil anscheinend braucht er auch richtig viele Ruiner, das wird mich nicht beachtet. So, die meisten anderen Spells und Waffen, die brauchen alle immer so ein Rubin oder zwei. Ich glaube zwei ist so der Durchschnitt. Rubine. Dankeschön. Rubine. Rubine, Rubine. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Brav, brav. Thank you. mount yet ist da noch irgendwer nein ich lasse mich von denen jetzt einfach töten, damit ich wieder die ganzen Monster spawne Tötet mich Tötet mich Tötet mich Oh nein, ich bin tot Oh no So eine Schande aber auch Okay, jetzt haben wir fast unsere 200 Und das wird ja wohl hoffentlich reichen Ich hoffe nicht, dass die jetzt wirklich den ganzen Dungeon da voll haben mit diesen Kelpies So dass der ganze Dungeon einfach nur so ein Rubin-Check ist quasi Das wäre total dämliches Design Ich brauche auch noch 20 mehr für das Floß Dann dreh ich schnell nochmal eine Runde bis da unten zum ersten Dungeon hin Okay Jetzt haben wir definitiv genug Hoffe ich Die nehme ich auch nochmal mit So und dann Der schnellste Weg da rechts hin ist Das ist so doof, dass ich da noch nicht hin teleportieren kann Es wäre super geil gewesen, hätte ich jetzt schon das Teleporting bekommen für den Dungeon Aber habe ich nicht Okay Na dann Laufen wir eben Nee, danke Ich bin busy Ey, ich hatte mir ernsthaft noch überlegt Ob ich mir vorhin Als ich über 150 Rubine hatte Ob ich mir den einen Spell dann noch kaufe Schätze, man muss erstmal ein bisschen sparen hier Ich glaube so 100 Rubine Es reicht nicht mal, wenn da so ein Dungeon kommt Ich glaube wirklich, man muss gucken, dass man immer 200 dabei hat Nur für den Fall, dass wirklich so So eine Situation aufkommt, wo man wirklich so ein Spell benutzen muss, der auch relativ teuer ist Vielleicht wird ja auch was anderes funktionieren Vielleicht funktioniert ja nicht nur der Der Eiszauber Da müsste ich mal Ja, müsste ich halt mehr probieren Und probieren kostet Rubine Na passt schon Ich bin ja relativ dankbar, dass wir relativ schnell rausgefunden haben Dass Ich die überhaupt Mit dem Eiszauber Schädigen können So, dann auch ein neues Auf den Weg zum Water Shrine Auf den Weg zum Water Shrine Warum klingen die Möwen eigentlich wie Ferkel? Das ist eine sehr gute Frage Warum klingen die Spinnen wie Wildschweine? Wieso redet der nicht? Fragen über Fragen Und keiner hat Antworten Halt die Schnute Wir wissen Bescheid So, ich hoffe der komische Wasser Dino spawnt nicht wieder Wenn er spawnt Dann Jetzt Du Sackgesicht Die beste Strategie Ist wirklich Sich da hinzustellen Einfach die Taste gedrückt zu halten Komm, lass mich ankommen A strong spirit Leads the way Komm, lass mich ankommen Komm, lass mich ankommen wof, lassbah Liebe auf pantalla und Monet So, hier einfach auf der Brücke chillen und Taste gedrückt halten. Wo, WTF, Alter? Sind sie voll auf mich drauf gestürmt, Schluss. Nicht gut. Nicht gut. Ja, es kostet so viel, ey. Ich glaube 15 oder 20 sogar. Sowas. Ist echt hart. Nein, oh mein Gott. Diese blöden Speere aus der Wand. Ja. Das Gute ist, die Feinde bleiben ja tot. So lange ich nicht rausgehe. So. Ja? Nee. Ein Stück weiter unten, ne? Ja. Da kamen die jetzt. Wie viel Rubine das gekostet hat jetzt insgesamt. Holy fuck. Oh, und da ist, okay, da ist der Fast Travel Shit. Okay, okay. Was sagt denn die Karte? Ah, wir sind jetzt in diesem mittleren Ding. Okay, ja. Oh. Ja. 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 Große. Ja. 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 Ja, okay. Ja. Schätze, hier benutze ich das Floß. Yeah, okay. Ich bin da, wo der Raum weiß ausgemalt ist. Das ist meine Position. Bitte nicht noch so ein grünes Kelpie. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da, da habe ich jetzt keine Ahnung Das kann man wirklich nur so sagen, dass das echt schlecht ist So, was soll man denn hier? Wasserschrein. Köppi, köppi, köppi. Es muss doch was anderes geben, als dass man hier eine Milliarde Rubine braucht. Moment, okay. Tatsache. Es gibt einen anderen Weg, die umzubringen. Indem man wiederholt, einfach nur mit dem Stab draufhaut. Man muss sie 70 mal treffen. Okay. Oh, das ist nicht mehr im Wound. Das ist, okay. Wow. Ich hab's geschafft. Moment, das heißt, okay. Moment. Dadurch haben wir aber gerade was sehr interessantes gelernt, Leute. Nämlich, dass das blaue... Das blaue Leuchten bei Gegnern heißt nicht, dass sie unverwundbar sind. Es heißt nur, dass es schwächer ist. Die nehmen dann trotzdem Schaden, aber halt vermindert. Okay, das ist gut zu wissen, das ist gut zu wissen. Das ist jetzt wie, wenn ich ein Pokémon, ein Wasser-Pokémon mit Feuerattacken angreife. Es nimmt halt trotzdem Schaden, aber halt nicht so viel. Das ist hier wahrscheinlich genauso. Und dadurch, dass die quasi komplett Gehit-Stunts sind, während ich das mache, ist es ja auch Billo. Und sie können ja gar nichts machen. Es ist halt... Es ist wieder... Es tut mir leid, wenn ich das wiederhole. Gerade in diesem Dungeon. Aber Game-Design-mäßig ist das richtig scheiße. Oh, Mann, ey. Wahnsinn. Ja, wie lange dauert das, so ein Ding zu killen? So, keine Ahnung, so 20 Sekunden? 30? Es ist halt immer noch weitaus schneller, als wenn ich nochmal nach draußen gehe und Rubine farme. Ich weiß, dass du das Wasser des Lebens bekommst. Du solltest es nicht haben, während ich eine Substanz habe, um meine Form zu erfüllen. Oh, 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 oh. Ach, shit, es ist schon ein Erlebnis. Es ist ein Erlebnis. Es ist ein Erlebnis. Es ist definitiv ein Videospiel. Shit, die Hitboxer. Ich stehe zehn Meter weit weg und ich treffe es. So, jetzt kommen wieder die Schildkröten da. Jetzt, wo ich weiß, wie viel HP die haben. Es ist mir egal, wie lange es dauert. Ich warte hier, bis die vorbeikommen und töte sie so. Guckt euch halt mal an, wie viel, wie viele Treffer das braucht. Fuck. Okay, jetzt habe ich ihn. Gut. Gut. Wir sind doch auch, ich glaube, ich bin gar nicht mehr so weit vom Boss entfernt. Müsste eigentlich bald sein. Oh Gott. Okay. Ich bin der East-Kelpin. Ich bade den Weg zu meiner Frau, die wundervolle Agwanda. Oh? Okay, einfach weitergefahren. Ich bin der East-Kelpin. Oh, wo bist du denn hin? Lass mich raten, hier ist der Boss. Wenn ja, dann ist alles gut. Ja, okay. Okay. Prima. Dann kann jetzt nichts mehr schief gehen. Hahaha. Hahaha. Außer, das Game crasht. Ne, oder? Das war's für heute.